Hattet ihr krasse Wendepunkte in eurem Leben, wie die Figuren aus Past Lives? Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Klassiker ist Scheidung. Das Kind ist dann 700 Kilometer weit weggezogen. Ich hatte vor 30 Jahren einen Unfall und habe damit meine sportliche Karriere mehr oder weniger aufgeben müssen. Wenn ich nicht nach Berlin umgezogen wäre, was relativ spontan passiert ist, dann wäre alles andere, was darauf gefolgt ist, nicht passiert. Die Wende an sich, das war natürlich auch ein Wendepunkt, als er in die Mauer gefallen ist. Der wichtigste Moment, glaube ich, ist die Begegnung meiner jetzigen Frau gewesen. Als ich in den Philippinen bin, als ich 10 Jahre alt bin, und dann nach Europa zu kommen, nachdem ich zu graduation habe, war ein sehr impactvoller Moment, weil ich nicht nur fühle, dass ich nicht irgendwo gehöre, sondern es ist mehr so, dass ich sehe, wie verschiedene Menschen, verschiedene Kulturen sind.